Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel gelesen habt, gibt es heute wieder mal ein bisschen Carbonara. Das war so klar. Er sagt nichts dazu. Hallöchen. Du bist jetzt komplett hierher gefahren ohne Haube. Komplett ohne Haube. Die Blicke der Leute sind unbezahlbar. Ja, ich sage nichts mehr dazu. Und zwar war jetzt seit ein, zwei Monaten ungefähr die Motorhaube von Saibon bei mir im Carport beim BMW. Ja, deswegen ist der Jamie auch ohne her gefahren, weil wir sie sonst nicht transportieren hätten können. Ja, jetzt packen wir das ganze Ding aus. Tun vor. Schrauben hin. Und Jamie ist glücklich. Wie jedes Mal, wenn wir Jamies Autos machen, haben wir scheiß Wetter. Also, ekelhaft. Haube ist schon drauf. Jetzt haben wir noch die Anschlagpuffer zum reinschrauben. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. So mag ich das, wenn Videos so schnell vorangehen. Wie heißt sie schön? Carbonara! Wir haben einmal eine schöne Carbonhaube. Na, endlich fängt das Tuning mal bei ihm an. Endlich! Eins von acht oder so. Im Keller liegen nochmal zwei Parts. Also, wir haben noch einiges zu tun, aber wir haben keine Halle gerade. Leider. Egal. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, es war zwar ein schnelles, kurzes Video, aber es war irgendwie mal wieder lustig. Daumen da lassen. Abonniert den Kanal. Die Glocke mache ich wieder mal hier über das Gesicht, der blendet. Und bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao. Do you need me?